Form Engine, wer hat sich da schon alles mal ein bisschen mit beschäftigt? Wer hat danach eine Spucktüte gebraucht? Okay, Schnittmenge ist fast identisch. Christian Kuhne hat letztes Jahr angefangen, hat dieses Frühjahr komplette fünf Monate da an Zeit reingesteckt, Vollzeit, und hat mal so ein bisschen das Backend Rendering der Formulare überarbeitet. Und da ist eigentlich ziemlich geiler Scheiß bei rumgekommen. Wir kriegen gleich noch ein bisschen was zu sehen an Code. Vorab möchte ich mal so grundsätzlich erklären, was sich im Prinzip verändert hat. Wer das Formular Rendering in der alten Variante gekannt hat, das TCE Forms, weiß, wie viele Methoden man da so durchtigern kann, bis man endlich das debuggt, was man als Fehler erachtet, und danach feststellt, dass sein eigenes TCE eigentlich blöd war. Das wird jetzt ein bisschen einfacher. Konzeptionell ist er hingegangen und hat sich den Edit-Controller genommen, hat ihn weggeschmissen und hat ihn neu gebaut. Und dabei ist zustande gekommen, dass im Prinzip erst einmal alle Daten zusammengesammelt werden, die so für das Formular Rendering wichtig sind. Welche Daten reden wir? Wir reden einmal davon, den Daten, die in der Datenbank stecken, also die Database Row, die man gerade editieren möchte. Aber dazu gehört auch jede Menge, was im TCE greift oder nicht greifen darf. Das heißt, er baut sich erstmal ein riesengroßes Array zusammen, in dem alles Mögliche drinsteckt, was man als Informationen am Ende braucht fürs Rendering. Mit diesen Informationen stiefelte er dann einfach zur Node Factory. Im ersten Augenblick irritiert der Begriff so ein wenig. Konzeptionell ist das einfach runtergebrochen, dass alles, was vorher ein TCA-Formular ausgemacht hat, alles, was zum Datensatz bearbeiten notwendig ist, eine Node darstellt. Von außen nach innen, vom Größen zum Kleinsten runtergebrochen. Das bedeutet also, wenn man sich so ein Backend-Formular mal anschaut, dann hat man Tabs, zumindest wenn man das entsprechende Display-Tabs auf True gesetzt hat, hat man also verschiedenste Karteireiter. Auf diesen Karteireitern gibt es dann Paletten, gibt es einzelne Felder, gibt es Inline-Elemente, gibt es Flex-Forms. Und all das wird jeweils als einzelne Node betrachtet. Das heißt also, dass selbst die Karteireiter außenrum durch ein entsprechendes Element, durch die Node Factory, gerendert wird. Und dafür wurden vorab, bevor das an die Node Factory übergeben wurde, alle Informationen eingesammelt, die für das Renewaring relevant sind. Wir betrachten ganz konkret heute, was macht ein Form Data Provider? Das ist eigentlich das Element per se, was für diese Verarbeitung der Daten zuständig ist. Das betrifft unter anderem so Geschichten wie Rechte-Management. Welche Felder sind als Exclude-Felder definiert und sind dem Redakteur freigegeben? Darunter fallen auch Display-Conditions. Darf dieses Feld überhaupt ausgegeben werden? Passt es in diesem Kontext jetzt gerade, weil ein Feld vorab schon passend befüllt war? Darunter fallen Informationen wie, ist dieses Feld gerade im Inline-Kontext und ist der Parent in irgendeiner Relation genau passend dafür? Und all das ist in einzelne Form Data Provider aufgeteilt. Das hat den Vorteil, und da grätsche ich gleich rein, wenn wir das sehen können, dass man eigene Form Data Provider registrieren kann, ohne dass man wie in der Vergangenheit irgendwelche Hook-Verrenkungen machen muss. Das ist sehr komfortabel. Das Zweite ist dann im Anschluss daran das formulare Rendering selber. Jetzt brauchen wir einmal den Backend-Edit-Controller. Hallo? Och, blöde Indizierung. Jawohl. So. Okay. Ich erwähnte, dass man dem Edit-Document-Controller arbeiten muss, wenn man sich diese Daten etwas genauer angucken möchte. Das macht letztendlich die Form Data Group. Die wird an den Form Data Compiler übergeben. Dieser Form Data Compiler nutzt diese Gruppe, um die da drinnen ausgelesenen Form Data Provider nacheinander abzuarbeiten und ein entsprechendes Ergebnis-Array anzureichern. Das resultiert dann in dem Form Data Array, das dann an die Node Factory übergeben wird, die dann letztendlich das Rendering im Einzelnen durchführt. Das passiert dann in der Node Factory Create, die diese Form Data übergeben bekommt und dann mit dem Rendering angestoßen wird. Woher weiß jetzt die Form Data Compiler beziehungsweise Form Data Group, was es abarbeiten muss? Dafür gibt es in Core Configuration die Default Configuration. In der sieht man die Settings für die Form Engine und das umfasst im Prinzip drei Teile. Ich fange hier im Prinzip von unten nach oben hin an. Das heißt, ich fange mit der Form Data Group an, arbeite mich dann über den Node Resolver im zweiten Teil weiter und ende dann in der Node Registry als dritten Teil. Und dann kommt noch ein kleines Schwankerl oben drauf und das ist dann das Ajax Routing. Aber das ist wirklich nur der kleinste Part, weil das nur rudimentäre Änderungen gegenüber 6.2 gibt. Wer hat da schon im Backend mit eigenem Ajax gearbeitet? Ja, okay. Ja, also wer das bisher in 6.2 schon gemacht hat, der wird da nicht Wesentliches anders erleben, so ein paar kleine Sachen auszutauschen, zum einen, wie das registriert wird und zum anderen, wie der Request and Response verarbeitet wird beziehungsweise behandelt werden muss. Na, das wäre das mal. Vielleicht habe ich es nicht verstanden. Was ist jetzt eigentlich alles im Node? Jeder Datensatz oder was? Nein, Node bezieht sich auf einen einzelnen Datensatz, den du bearbeiten möchtest. Ich gehe einfach einmal ins Backend rein, dann wird es, glaube ich, ein bisschen klarer. Wenn ich mal mein Passwort richtig tippen könnte. Oh, nee. Hast du auch ein Backend offen? Nein, noch kein Backend offen. Das soll ich eingelassen. Okay. Jedes einzelne Textfeld, jede einzelne Selectbox, jede Checkbox, jede Database Group ist ein einzelner Node. Das sind einfach nur Informationen, die an die Form Factory übergeben wird fürs Rendering. Also wir reden nicht bei Node von irgendwelchen einzelnen Datensätzen, die untereinander verknüpft sind, sondern wir reden davon, dass wir einen Datensatz bearbeiten wollen im Backend und dafür eine Database Row aus der Datenbank uns laden und dann Zusatzinformationen aggregieren. Und aggregieren bedeutet in diesem Fall, wir parsen das TCA, schmeißen alles TCA raus, was uns stört. Dann ziehen wir die Benutzergruppen hinzu und gucken, welche Felder sind Exclude-Felder und sind für den Redakteur nicht verfügbar. Die fliegen aus dem geparsten TCA raus. Das heißt, am Ende, wenn die Aufbereitung der Form-Data abgeschlossen ist und sämtliche Voraussetzungen geschaffen wurden, wird dieses Array, diese vorverarbeiteten Informationen an die Node Factory übergeben und diese Node Factory muss dann über dieses Array drüber iterieren und die einzelnen Nodes, diese einzelnen Teile des Formulars ausgeben. Ist das bis zu diesem Zeitpunkt das HTML schon dabei oder kommt das erst aus? Das wird erst gebaut beim Rendering. Das heißt, die Node Factory guckt rein, arbeitet das Past TCA ab und schaut, okay, ich brauche jetzt hier eine Textbox. Dann ruft es den Node Resolver an und sagt, hast du was für mich? Und wenn ja, was für einen Render-Type hättest du denn gern? Und basierend auf diesem Render-Type wird dann ein entsprechendes Element aus einer Anzahl an entweder vorregistrierten oder nachregistrierten Elementen geladen, also instanziert und fürs Rendering des HTMLs herangezogen. Wenn man sich das in der Backend-Classes-Form einmal anschaut, gibt es ein Ordner-Element und da gibt es dann im Prinzip wirklich für alles Mögliche jeweils eine einzelne Klasse. Für die Checkboxen, wie gesagt, für die Gruppenelemente, für Inline-Elemente, all das wird dann getrennt betrachtet und wenn ich so eine Checkbox gerendert haben möchte, dann holt sich die Node Factory diese Checkbox-Instanz und sagt, render das Ganze, bekommt dann beim Instanzieren schon die entsprechenden Informationen für diese eine Checkbox übergeben, macht dann auch so ein bisschen Regeln abfragen, soll das Read-Only sein oder wir müssen mal das hier irgendwie ein bisschen größer kriegen. Command Plus. Finger auseinander. Finger auseinander. Yay! Herr Franke, Sie haben mal den Hintern gerettet. Also man sieht hier, es werden noch so ein paar Zusatzinformationen aufbereitet, sollen das bestimmte Klassen bekommen, sollen das zweispaltig gerendert werden, all das wird dann vorbereitet und danach wird das HTML gerendert und zwar wirklich nur das HTML für diese eine Checkbox. Das heißt, jedes einzelne Element, das im Moment des TCA-Verarbeitens und des Formularaufbauens benötigt wird, wird jeweils in diesem einzelnen Element zur Verfügung gestellt. Das soll nicht enormisch werden. Das soll genau so bleiben. Wenn du das abwandeln möchtest, hast du die Möglichkeit, ein eigenes Element zu registrieren und dann hast du die Freiheit, entweder die Klasse auszutauschen oder das konfigurierbar zu machen. Das ist halt der Luxus, den man jetzt hat, dass du in der Node-Registry eigene Elemente registrieren kannst, die du dann als Render-Type verwendest. Wenn ich es nicht gesehen habe, das Ziel ist erst unterhalb der Extension Backend. Das heißt, es ist auch nur fürs Backend gedacht und nicht dafür, dass wir erst ein Extensions im Frontend nutzen. Korrekt. Das ist wirklich nur fürs Backend gedacht. Fürs Frontend gibt es die Form Engine. Die macht das alles so ein bisschen anders. Aber das hier, die Node Factory, ist leider so, die Node Factory und auch die ganzen Einstellungen in den Node Resolver und Node Registry, das bezieht sich alles nur auf Backend-Verarbeitung. Und deshalb sind auch die Klassen hardcoded, was Bootstrap ist, Backend Bootstrap. Richtig. Das ist wirklich nur auf das, was man vom Core als sinnvoll erachtet, fürs Backend. Ich stelle es mal provokant, die Frage, hast du bisher was feststellen können, das anders aussieht oder was nicht mehr darstellbar ist? Also ich habe bis jetzt zwei Projekte in der Nutzung und in der Nutzung gemacht. Das heißt, bis jetzt ist mir noch nicht so aufgefallen. Also es gibt ja immer so aufgefallene Sachen, dass man plötzlich irgendetwas gemacht hat, dass man weiß, wie irgendetwas mehrfach regressieren kann, irgendwo, das ist ja, alles gleich geblieben. Nicht ganz? Nein, das TCR hat sich schon geändert, es wurde zum Beispiel überhaupt auszutauschen, was ist für ein Element da, was für ein Element verwendet werden soll. Das ist jetzt den sogenannten Render-Type. Es gibt aber im Hintergrund nicht nur meinen Deutschen, die das für dich dann relativ zu Moose umwandeln und aus der alten Information neue generieren. Du musst dir mal den Clash noch angucken. Wenn du dann hast, da kommt nämlich dann ganz viel, was für TCR, Sachen angeht, wird dann ganz viel reingestiegen, wenn es nicht geht, wird automatisch. Also es gibt halt eine automatische Migration, die im Hintergrund abläuft. Davon kriegt man quasi nicht so viel mit, weil keine Exception oder Fehler gebraucht werden. Aber mit dem Clash-Log kann im Zweifel da ganz schön viel in den Clash-Log also wo es direkt auffällt, ist, wenn man sich Select-Boxen anguckt. Da ist es mir bei meinen Extensions direkt aufgefallen, dass mehrere Select-Boxen nicht mehr gerendert wurden. Und da hilft es einfach dann den Render-Type, das heißt dann auf der Key Render-Type. Und dann muss man dann einfach Select Single oder Select Multiple angeben. Also da müsste man dann nochmal in Detail einsteigen in die Dokumentation. So tief wollte ich es jetzt hier nicht runterbrechen. Also grundsätzlich hat sich da nicht wirklich was geändert, was man machen kann, aber es wird jetzt ein bisschen feingliedriger behandelt. Einen elementaren Unterschied gibt es zwischen Type und Render-Type noch. Man hat jetzt die Möglichkeit einen Render-Type abweichend vom Type zu definieren. Das hat den Vorteil, dass zum Beispiel gerade so Select-Felder speichertechnisch weiterhin nach dem Type Select behandelt werden und genauso auch in der Verarbeitung in der Datenbank landen, aber in der Ausgabe durchaus eine ganz andere Form erhalten können. Da ist man halt dann als Entwickler ziemlich frei. Wir waren gerade in der Default-Config, da wollte ich eigentlich jetzt nochmal weitermachen. Wenn ich jetzt mal hier mit diesem total tollen Produkt der Technik umgehen könnte, wäre das super. Bitte? Ich liebe es. Ruhe da hinten. Nee, das ist der falsche Ordner. Configuration. Default-Configuration. Das sollte eigentlich jedem auch mal geläufig sein, weil es nicht nur für die Form-Engine und so Default-Werte mitliefert, sondern alle Default-Werte mitliefert, die der Corso kennt. Das ist so ein ganzes Stück zu schrauben. Da ist halt neu der Key Form-Engine mit Node-Registry, Node-Resolver und Form-Data-Group. Es gibt mehrere Form-Data-Groups, die abhängig von dem jeweiligen Zustand, der gerade gerendert werden soll, ist. Es gibt einen Unterschied zum Beispiel beim Inline. Wenn man dort ein Klick auf neues Element hinzufügen ausführt, wird zum Beispiel nur der Inline-Parrot-Record verarbeitet. Da passiert so ein bisschen weniger. In der Regel reden wir aber meistens von dem TCA-Database-Record. und da sind alle Standard-Form-Data-Provider angegeben. Bei der Angabe gibt es so eine kleine Spezialität, die lassen sich sortieren. Es gibt einmal die Möglichkeit über Depend zu sagen, mein aktueller Form-Data-Provider braucht dringend vorab verarbeitete Daten von einem anderen Form-Data-Provider. Das heißt, er Dependet darauf. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen Before. Das heißt, ich möchte ganz gerne, dass mein Form-Data-Provider zwingend vor einem anderen ausgeführt wird. Das heißt also, genauso wie jetzt hier das Depend dargestellt wird, würde sich das auch mit dem Before ausdrücken lassen. Im Einzelnen wird das dann in der Form-Data-Group dafür verwendet, dass ein Sorting-Group-Service, glaube ich, heißt das Ding, aufgerufen wird, der das ganze Area einmal durchpasst und die entsprechende Form-Data-Provider in Abhängigkeit von diesen Depend und Befores hintereinander in ein Area steckt. Genau denn, den Dependency-Ordering-Service. Also in der Namensgebung waren sie sehr kreativ. Ich finde es toll. Das hat halt die Möglichkeit, wenn ich auch nachträglich noch meinen eigenen Form-Data-Provider registriere, dass ich ihn trotzdem in der Verarbeitung vor einem vom Core mitgelieferten Form-Data-Provider stecken kann. Das werde ich auch gleich noch mal im Code bei mir zeigen. Ich kann es leider aufgrund des Display-Problems hier nicht in Aktion zeigen. Also die grundsätzlichen Voraussetzungen haben wir jetzt schon mal so weit umgezirkelt. Jetzt brauche ich mal meinen eigenen Code nochmal. Bitte assistiere mich mit Finder. Informationen, um einzusteigen, an der Stelle, wo ich mich selber reingehängt habe, haben wir jetzt so ein bisschen umzirkelt. Was ich machen wollte, was auch nicht ganz so ungewöhnlich aus meiner Perspektive erscheint ist, es gibt ein schönes kleines Element, das nennt sich hier Quix-Container. Quix ist fürs Frontend eine Darstellung, wo man mehrere Kacheln nebeneinander hat, die sich dann, wenn man drüber fährt, entsprechend breiter machen und die anderen kleiner macht. Das ist also ein bisschen Spielerei, ein bisschen Styling-Foo. Jetzt möchte ich in so einem Container auch nur ganz definierte Unterelemente zulassen. Ich möchte ja nicht jetzt jedes TT-Content-Element zulassen, das würde vom Rendering nicht ganz so viel Sinn ergeben. Also möchte ich, dass in meinem Inline auch nur ganz definierte Elemente ausgegeben werden. Und zwar die Quix-Elemente. Und zwar auch nur die Quix-Elemente. Im ersten Step klingt es jetzt nicht ganz so schwierig, wenn man sich das dann mal ein bisschen mehr anguckt, merkt man, hm, nicht ganz so einfach, bis dann das Form-Engine-Giraffe von Christian reingekommen ist. Und das hat es dann doch wieder für mich zugänglicher gemacht. Ich brauchte zwei Form-Data-Provider, die an unterschiedlichen Stellen in der Verarbeitung eingreifen. Der erste ist ein Record-Type-Value-Provider, der nichts anderes macht, als ganz definierte Werte in das Form-Data-Array reinzuschreiben. Ich brauche das zu einem sehr frühen Zeitpunkt, weil die TCA-Verarbeitung zum Beispiel beim Body-Text auf Werte zurückgreift, die vorab in den Rendering-Type-Value gesetzt sein müssen, um zu entscheiden, ist das ein RTE-Feld oder ist das ein Plain-Text-Feld. Um also diesen Wert so früh wie möglich zu erhalten, habe ich meinen Form-Type-Value hinter das Laden der Database-Row selber, also dem aus der Datenbank herauslesen, gesetzt, aber vor dem Rechte-Check. Wenn man sich das mit der Default-Configuration nochmal anguckt, dann bedeutet das, ich gehe hin, hole mir erst einmal die Database, das Database-Parent-Row, Database-Parent-Row. Also erst einmal, das muss verarbeitet worden sein und damit ich auch sicher sein kann, dass nicht nur das vorausgesetzt ist, sondern dass ich auch direkt danach komme, musste ich die Database-User-Permission-Check, Form-Data-Provider als Before setzen. Ich muss mich also genau zwischen diese beiden setzen. Ich weiß nicht, ob es auch gereicht hätte, wenn ich irgendwo noch hinter dem Page-TS-Config mich gesetzt hätte oder so. Auf jeden Fall sollte es halt so früh wie möglich klar sein, du darfst das TCA nur für diesen Record-Type-Value auswerten. Eine Frage. Wenn als Inline-Record, also wenn quasi als Ihr Element nur dieses Quicks-Element zugelassen werden soll, was war jetzt die Motivation für mich, einen eigenen Datensatz zu verwenden und TPC-Content dafür zu verwenden, weil mit einem eigenen Datensatz wäre das, wenn eh nur das erlaubt ist, wäre das, so wie gesagt, kann man das jetzt einfach konfigurieren. Weil ich mir eine eigene Tabelle dafür spare. Dafür muss man das alles machen. Das ist doch eine gute Übung. Okay. Es geht ja auch darum rauszufinden, was kann ich überhaupt machen. Also es ist ja, es gehört eine Portions Spieltrieb dazu. Das zweite, was ich brauchte, war, auch wenn ich den Record-Type-Value gesetzt habe, habe ich zwar genau dafür das TCA ausgewertet und gerendert bekommen, aber ich hatte im C-Type-Selectbox immer noch alle C-Types. Also es war immer noch möglich, den Type zu wechseln. Das wäre zwar beim nächsten Aufruf wieder rückgängig gemacht worden, weil dann wäre wieder mein Record-Type-Value gesetzt worden und er hätte es überschrieben, aber ich wollte einfach dem Redakteur auch klar machen, hier hast du nichts mehr zu suchen, hier findest du nur genau das eine und dafür gibt es dann nochmal den zweiten, den zweiten Form-Data-Provider, der einfach dafür sorgt, dass die Items für das C-Type auch nur auf das Quicks-Element reduziert ist. Damit habe ich genau das erreicht, was ich haben wollte, ich kann genau nur ein Element anlegen und das kann mir das keiner mal irgendwie rückgängig machen oder den Type wechseln. Das ist einfach nochmal ein Beispiel, was man mit dem Form-Data-Provider alles so anstellen kann. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwie auf entfernte Dienste zugreift, auf irgendeinen Service und sich da nochmal über REST noch zusätzliche Werte reinliest. Klingt ein bisschen pervers, aber ist halt eine Variante, wie man noch zusätzliche Informationen nachladen kann. Das nächste, was ich dann brauchte, oder besser, womit ich rumexperimentiert habe, war mit einem eigenen Element-Type und da habe ich mir überlegt, ich hätte ganz gerne die Möglichkeit, in Abhängigkeit von diesem Textfeld, mein Autorfeld hier unten drunter anders darzustellen. Das heißt also, wenn ich jetzt einen B-Wert da abgespeichert habe, dann wird mir ganz normal, da ist ein Textfeld ausgegeben, wir lassen jetzt mal komplett den Sinn außen vor, es geht jetzt nur um eine technische Demonstration, also es macht keinen Sinn, die Autorenfelder anders darzustellen, dessen bin ich mir bewusst. Das zeigt nur, ich kann halt in Kombination mit einem eigenen Node-Resolver und mit eigenen Elementen kann ich unterschiedliche Darstellungen erreichen. Das ist nämlich genau das, was hier passiert. Ich habe einen eigenen Node-Resolver, der sorgt dafür, ob ich jetzt meine karierten Ballglöckchen bekomme, die der Kunde gerne hätte oder nicht. Und zwar in Abhängigkeit von dem, was in Resolve verarbeitet wird, was als Ergebnis der Prüfung herauskommt, werden mir unterschiedliche Klassen der zu verwendenden Elemente zurückgeliefert. Das heißt, im Type B, der Wert ist auf B gesetzt, bekomme ich mein Input-Text Element. Für alle anderen Fälle, egal was sonst passiert, bekomme ich meine karierten Ballglöckchen. Das kann ich wieder dadurch zeigen, indem ich hier einfach mein A in das Feld stelle oder auch jeden anderen Wert, das ist dabei egal, wird mir das Element entsprechend gerendert. Da ich die karierten Ballglöckchen jetzt nicht unbedingt fest in meinem Backend ausgeben möchte, sondern das auch von irgendwelchen Sachen abhängig machen möchte, habe ich hier noch so einen kleinen Hint, und zwar ist das ein Ajax-Test. Das heißt, mein Ballglöckchen-Element macht nicht mehr ganz so viel, wie das sonst möglich ist. Es holt sich so ein paar Informationen, die könnte man jetzt auch irgendwie weglassen oder auch halt nicht, das ist um entsprechende Größen zu berechnen, dass das ganze Feld, ich habe es einfach aus einem normalen Input-Element rauskopiert und habe da so ein paar Sachen rausgestrichen, aber ich wollte auch zeigen, dass man noch auf Größenwerte und auf Konfiguration zugreifen kann. Aber es wird halt nur noch ein stumpfes HTML ausgegeben, das nichts wirklich großartig macht, außer mir die Möglichkeit zu bieten, dass ich eine Klasse im JavaScript zur Verfügung habe und das JavaScript ist das hier. Das zeigt dann schon mal wieder einen weiteren Effekt, den man recht gut nutzen kann und zwar haben wir im Backend RequireJS zur Verfügung. Das heißt, ich habe also die Möglichkeit zu sagen, ich hätte jetzt mal ganz gerne ein bisschen mehr JavaScript zur Verfügung mit bestimmten Voraussetzungen, die gesetzt sein müssen, unter anderem brauche ich jQuery und ich brauche die FormEngine, um mich da mit reinzuhängen und registriere mein RequireJS Modul in meinem Element. Das heißt, nur wenn mein eigenes Element gerendert wird, kommt mein eigenes JavaScript RequireJS Modul zum Tragen. Alle anderen Fälle, wo dieses My-Glöckchen-Element nicht gerendert wird, wird auch das RequireJS Modul nicht im Backend eingebunden. Wenn dieses ... Früher hätte man das oder bisher hätte man solche Sachen vielleicht mit einer User Function eventuell machen, kann man das jetzt noch immer mit einer User Function machen oder was ist jetzt der Unterschied und wo sind die Vor- und Nachbarrechte? Der Vorteil ist, du behandelt es über einen eigenen Render-Type. Das zeige ich eben hier. Ich gebe einfach nur noch den Render-Type ... Moment, da muss ich jetzt gerade überlegen, wie ich das eingebunden habe. Okay, wenn ich den Render-Type-Karierte My-Glöckchen haben will, hier, dann habe ich halt im Prinzip das gleiche erreicht, wie bei einer User Func. Wenn ich mich richtig erinnere, musstest du bei der User Func auch das Label mit ausgeben. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht ganz so sicher. Nee? Also im Prinzip ist es dann das gleiche wie bei der User Func, nur dass du halt bei der User Func das Require.js mit einbinden, da musstest du dann den Page-Renderer noch selber irgendwie instanzieren, um da dann das Add.js selber dran zu hängen. Das wird jetzt alles so ein bisschen erleichtert, indem man hier das nur ans Result-Array mit zurückgibt. und sich dann die Form Engine selber darum kümmert, dass das Modul mit eingebunden wird. Habe ich dir auch also zum Beispiel die ganze Row und so die ganzen Daten habe, die hier in der User Func aber diese meine ganzen Record-Daten und so zu tun haben? Ja. Wenn man sich mal das Abstract Form Element anschaut, dann bekommst du einmal die Note Factory selber und die Formnator Row. das heißt, du hast alles zur Verfügung, was vorher durch die Form Data Provider zusammengestellt wurde. Also das komplette Paket steht dir zur Verfügung, ohne Einschränkung. Ich weiß nicht, ob ich da noch Beispiele für habe. Ich glaube, das habe ich nur hier im Resolver umgesetzt, und zwar, dass man auf this data zurückgreift. Also du hast genauso auch im Element selber das this data zur Verfügung und da ist dann auch die Database Row mit allen Werten zur Verfügung. Also da hat sich grundsätzlich jetzt nichts geändert. Nur, dass du halt noch mehr zur Verfügung hast, weil du hast auch alle zusätzlichen TCA-Informationen direkt mitgeliefert. Und zwar genau so, wie das nach den Berechtigungen für den Redakteur zur Verfügung steht. Zurück zu dem hier. Wir haben also den Require.js Modul registriert und in unserem eigenen JS Ah, wir müssen noch etwas für das JS zur Verfügung stellen und zwar dafür, dass ich die Daten dynamisch bekomme, möchte ich ganz gerne ein Backend Ajax verwenden und das muss vorher registriert werden. Das hat man vorher früher in der Ex-Local Conf gemacht. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Das wird jetzt über Configuration Backend Ajax Routes ermöglicht. Man braucht einfach nur einen eigenen Key angeben, einen URL-Pfad und die jeweilige Ajax-Klasse, die als Controller zur Verfügung stehen sollen und die Daten verarbeiten sollen. Das ist schon mal so ein Änderungspunkt gegenüber das alte Registrieren. Und im AJAX hat man dann die Möglichkeit auf Typo3 Settings Ajax URLs zuzugreifen und zwar genau auf meinen Key. Dieser Key beziehungsweise diese Ajax URLs liefert für sämtliche Ajax Controller im Backend die URLs mit entsprechenden Module Token zurück, um dagegen die Requests abzuführen. Und dann hat man halt in diesem Fall ist das ein ganz normales jQuery Ajax Handling, das hat man dann ganz normal zur Verfügung. Und dann abschließend kommen wir nochmal auf den Ajax Controller zurück. der hat das ganz normale Dispatch wie vorher auch mit dem Unterschied dass sich die Übergabewerte ein wenig geändert haben. Da muss man einfach wirklich nochmal durchgehen ist mein Request noch kompatibel in der Regel nein. Da hat sich so ein bisschen schon was verändert das muss man sich mal detaillierter angucken aber da ist auch der Core mit genügend Beispielen gespickt. Frage? Das ist dann halt so full circle damit erreiche ich dann meinen Ajax Test der mir dann im Backend ausgegeben wurde wenn ich meine Karriere in meine Glöckchen ausgegeben habe. Es wird wahrscheinlich dokumentiert sein es ist deutlich angenehmer geworden Doku zu finden aber ich habe es nicht mit der Doku gemacht ich habe mich da einfach ein bisschen durchgewuselt ich muss leider auch gestehen ich hatte einen unfairen Vorteil ich war auf dem CodeSprint mit Christian Kuhn fünf Tage und der hat mir so ein bisschen den Daten fluss erklärt Ja also den Beispiel Code kann ich sicherlich zur Verfügung stellen ich werde so ein bisschen was rausschlüpfen was meine Webseite betrifft das ist mein Site Template aber den Rest kann ich gerne zur Verfügung stellen das vielleicht war meine Frage okay ich weiß nicht was das die Hooks betrifft ich vermute mal dass die Hooks die bisher verfügbar waren eigentlich alle erstmal weg weg sind die sind alle tot nicht alle aber viele sind tot aber sowas wie database ist ja also wenn man was mit der vorn ende macht dann kann man zu 99% sicher sein das ist jetzt nicht und dann muss man halt gucken wie es jetzt gemacht wird also kommt auch an was machen also in dem Bereich kann ich nur empfehlen es gibt eine total tolle Selbsthilfe Gruppe wenn man sich da im Slack mit den Leuten mal darüber unterhalten möchte weil sie sind eigentlich alle sehr hilfsbereit kann man über forger.hyper3.org slash slack sich registrieren kriegt man kurz danach eine Mail und dann kann man auch direkt in Slack durchstarten weil auf typo3.com da gibt es dann auch entsprechend typo3.cms channel da bekommen angenügend Hilfe und wenn nicht direkte Hilfe dann zumindest mal einen Hinweis da in der Doku findest du es Mathis freut sich ich kriege gerade Timeout Zeichen ich habe schon mal den Display ausgemacht vielen Dank fürs Dasein für weitere Fragen bin ich gleich draußen noch zu haben